Schön, dass ihr reinschaut bei TREAKPC. Wir schauen uns heute eine neue Kompaktwasserkühlung an aus dem Hause Arctic. Das ist die Liquid Freezer 2360, eine Kompaktwasserkühlung mit 360er Radiator, wie der Name es anlässt, ohne RGB-Beleuchtung und das Ganze für einen guten Preis von um die 120 Euro. Wer es ein bisschen bunter möchte, das gibt es auch noch mit ARGB- Beleuchtung, dabei dann für um die 130 bis 135 Euro und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, ob die ohne RGB-Beleuchtung was für euch ist. Ausgeliefert in einer etwas größeren Kartonage, darin enthalten fertig befüllte und bereits schon fast vollständig montierte Kompaktwasserkühlung, könnt ihr also quasi auspacken, einbauen und sofort loslegen. Auch die Lüfter sind schon fest darauf verschraubt. Weiterhin dabei natürlich Montagezubehör für die gängigen Sockel AM4, AM5, LGA 1700 als auch LGA 1200 und auch ältere Sockel zum Teil werden da noch unterstützt. Auch noch dabei Wärmeleitpaste und natürlich ein QR-Code für eure Einbauanleitung, die ihr euch dann entsprechend auf dem Smartphone oder auch vielleicht auf dem PC ansehen könnt. Auf dem PC einfach auf www.arctic.de gehen, da könnt ihr euch für jedes Produkt entsprechend die Einbauanleitung dann einsehen. Es ist eine typische Arctic Kompaktwasserkühlung, das sieht man nicht nur an der eigentlichen Puppeneinheit unten mit dem integrierten 40mm Lüfter und dem futuristischen Design. Der Lüfter soll dafür sorgen, dass Spannungswandler oder auch Arbeitsspeicher um den CPU-Sockel einfach ein bisschen mehr Frischluft bekommen. Der Lüfter selbst läuft in einem Drehzahlbereich von 1000 bis 3000 Umdrehungen und ist auch via PWM dann angesteuert. Interessant an der Kühlung ist auch, das kennt man bereits von anderen Arctic Kühlern, die Pumpe der 40mm Lüfter als auch die eigentlichen Radiatorlüfter werden alle über ein PWM Kabel angeschlossen. Somit habt ihr sehr wenig Kabelsalat. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich, was die Drehzahlauslese anbelangt. Dann zum Teil da ein bisschen mehrere Zahlen. Lüfter potenziell könnt ihr auch einzeln anschließen. Kabel sind allerdings relativ kurz, müsst ihr beachten, wenn ihr das machen möchtet. Wir werden allerdings nachher auch bei der Lautstärkemessung sehen, dass man nicht unbedingt bei dieser Kühlung alles separat regeln muss. Interessant zudem auch, man setzt auf eine Kupferbodenplatte und die Pumpe selbst lässt sich auch in einem Drehzahlbereich von 800 bis 2000 Umdrehungen dann regeln, wenn man sie entsprechend einzeln angeschlossen bekommt. Wir haben dann zwei 45cm lange Schläuche mit dem typischen Arctic-Sleeve in weiß-grau gehalten, was auch sehr schön ist. Wie gesagt, die Kühlung nehmt ihr fertig schon aus der Verpackung raus. Lüfter sind schon drauf und auch die Kabelführung oder das Kabelmanagement, besser gesagt, wurde von Arctic schon übernommen. Ihr habt quasi unten nur einen PWM-Stecker, den ihr bei eurem Mainboard einsteckt und darüber werden dann alle Lüfter und auch die Pumpe bei der Liquid Freezer 2 360 betrieben. Und last but not least noch ein kurzer Blick auf den Radiator. Ist ein Aluminium-Radiator, auch Arctic-typisch. 38mm in der Dicke, hat also deutlich mehr Fläche, als man das von anderen Konkurrenzprodukten kennt. Also etwas mehr Fläche, um die Wärme aufzunehmen und um sie auch entsprechend abzugeben. Was man zudem hier verbaut, natürlich drei hauseigene 120mm Lüfter aus der P-Serie, ebenfalls hier in schwarz gehalten. Und zudem verfügen die Lüfter über einen groben Drehzahlbereich von so 200 bis um die 1800 Umdrehungen, immer ein bisschen davon abhängig, auf welchem Mainboard ihr die Lüfter dann da einsetzt. Und soma soma und gibt es auch an der gesamten Verarbeitung, weder bei den Lüfter noch bei der Kompaktwasserkühlung selbst von unserer Seite irgendetwas auszusetzen. Dann kurz einige Wörter zur Montage. Radiator mit Lüftern 38mm plus 25mm braucht ihr also dann summa summa um um die 65mm in der Tiefe, um das Teil bei euch einzubauen. Das dürfte in vielen kleineren Gehäusen in der Oberseite ein bisschen eng werden. Wenn ihr ein Größeresgehäuse habt, sollte das kein Problem sein. Die eigentliche Puppeneinheit selbst wird dann entsprechend mit den Montagebügeln von unten fixiert. Und ihr müsst dann um den CPU-Sorgel unserem Fall hier AM4 mit den entsprechenden Bügeln bestücken. Das Ganze geschieht bei AMD mit der Retention-Modul-Backblade und die Kühlung wird von oben drauf gesetzt und einfach dann jeweils diagonal mit Gefühl mit vier Rändelschrauben festgezogen. Bei Intel LGA 1700 zum Beispiel liegt eine extra Backblade bei, aber auch dafür habt ihr im Lieferumfang natürlich allerhand Möglichkeiten, die Kühlung hier dann einfach zu montieren. Zudem für die User interessant, die einen Ryzen 3000, 5000 oder 7000 einsetzen. Arctic hat sich hierbei was überlegt. Ihr könnt eine sogenannte Offset-Montage machen. Da ist der Kühlblock unten ein bisschen versetzt. Das liegt am Chiplet-Design der Ryzen CPUs. Da der Hotspot da zum Teil nicht immer unbedingt mittig ist, sondern auch mal ein bisschen außerhalb liegen kann, könnt ihr den Kühler entsprechend da so versetzen, dass da die Kühlleistung entsprechend nicht drunter leidet. Und last but not least bleiben auch eure Arbeitsspeicherslots nach oben hin frei. Dann kommen wir zum interessanten Thema, nämlich der Kühlleistung und dahinter lässt die Arctic Liquid Freezer 2.360 bei uns einen guten Eindruck. Sie positioniert sich bei uns im Vergleich zu anderen Konkurrenzprodukten, die ihr hier auch in dem Diagramm seht. Dann bei uns im Mittelfeld liefert gute bis solide Temperaturen, mit denen ihr auch hitzköpfigere CPUs problemlos runterkühlen könnt. Ob da jetzt Overclocking machbar ist, das ist natürlich eine Frage, wie intensiv ihr das betreiben möchtet und auch was für eine CPU ihr da einsetzt. Mit kleineren CPUs gar kein Problem, mit größeren kann es natürlich dann da auch dann schnell zu Reserveknappheit kommen, aller 13.900KS. Wie bei den meisten AIOs, auch wenn ihr die Drehzahl ein bisschen absenkt, der Lüfter, dann verringert sich da auch entsprechend die Kühlleistung. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch, allerdings sollte man das auch im Auge behalten, je nachdem was für eine CPU ihr einsetzt oder wie viel Overclocking ihr da eben macht. Dann das Thema der Lautstärke. Die drei Lüfter sind mit maximaler Drehzahl aus dem System deutlich wahrzunehmen. Wir messen hier 45,83 Dezibel beziehungsweise 5,16 Zone. Das ist bei uns jetzt auch so im Mittelfeld angesiedelt, ist aufgrund der maximalen Drehzahl jetzt nicht weiter verwunderlich. Dennoch immer noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, man kann die Kühlung, wenn man Kopfhörer auf hat, noch benutzen. Allerdings je nachdem, wie empfindlich natürlich ihr da seid. Deutlich leiser wird es dann ab 70 Prozent. Wir messen hier nur noch 32,5 beziehungsweise 1,6 Zone. Das ist schon wirklich sehr laufruhig im Verhältnis jetzt zu der maximalen Drehzahl. Wir haben ein bisschen Einbußen bei der Kühlleistung, wie wir ja vorhin gesehen haben. Hält sich allerdings in den Grenzen. Auch hier ist also wieder der Sweet Spot. Vor allen Dingen für geräuschempfindliche Ohren, wenn man die Lüfter einfach ein bisschen runterträkelt und man nicht die maximale Kühlleistung da in Anspruch nimmt. Mucksmäuschen still wird die Kühlung dann ab so 50 Prozent Lüfterleistung. Das entspricht dann grob 1100 Umdrehungen. Da messen wir 28 Dezibel beziehungsweise ein Zone. Das ist ein, sage ich mal, guter Wert. Und was auch sehr schön ist, auch der 40 Millimeter Lüfter ist zu keiner Zeit aus dem System störend wahrzunehmen, da man hier eine sehr gute Lüftersteuerung integriert hat. Und dann natürlich noch das Thema Pumpenlautstärke. Auch interessant bei einer Kompaktweiserkühlung. Auch hier macht die Arctic Liquid Freezer 2360 alles richtig. Man kann, wenn man mit dem Ohr relativ nah rangeht und die Lüfter ausschaltet, ein ganz leichtes Surren der Pumpe wahrnehmen. Da muss man allerdings schon mit dem Ohr sehr weit in den PC reingehen, was die wenigsten von euch jetzt mal tun würden, würde ich sagen. Seht ihr auch entsprechend hier an den Messungen, dass da wirklich alles im grünen Bereich ist. Und die Pumpe sollte euch zu keiner Zeit störend aus dem System dann auffallen. Auch für geräuschempfindliche Ohren ist das mehr als leise. Dann kurz noch einige Wörter zu dem kleinen Lüfter auf der eigentlichen CPU-Kühlanheit. Der kann so ausgerichtet werden, dass er quasi die Spannungsversorgung um euren CPU-Sockel mitkühlt. Da haben wir dann eine Differenz gemessen von mit und ohne Lüfter um die 10 Grad Celsius. Das ist jetzt eine nette und sage ich mal eine sehr gute Hausnummer. Vor allen Dingen im Sommer dürfte das dem ein oder anderen da sicher auf dem Mainboard zugutekommen. Auch wenn viel Overclocking betrieben wird, kann das natürlich entsprechend das Zünglein dann an der Waage sein. Und was wie angesprochen auch sehr schön ist, der Lüfter ist da zu keiner Zeit störend bei uns aus dem System wahrzunehmen, auch wenn er potenziell mit bis zu 3000 Umdrehungen drehen kann. Abschließend hinterlässt die Arctic Liquid Freezer 2 360 bei uns im Test einen rundum sehr guten Eindruck. Es ist für den Preispunkt von um die 120 Euro eine sehr gute Kompaktwasserkühlung, die eine tolle Balance hat zwischen Kühlleistung und entsprechender Lautstärke. In Kombination mit dem netten Zubehörpaket der einfachen Montage, als auch entsprechend der hochwertigen Verarbeitung, kann man von unserer Seite daran wirklich nichts aussetzen. Einziger Kritikpunkt, kleiner Kritikpunkt ist, alles wird über einen Anschluss geregelt. Somit habt ihr zum Teil ein bisschen Drehzahlwirrwer, was wir allerdings bei unseren Messungen gesehen haben, wir müssen nicht unbedingt jedes Produkt an dieser Kühlung hier per Hand regeln. Und zum anderen natürlich in maximaler Drehzahl ist die Kühlung aus dem System deutlich hörbar. Das betrifft allerdings alle Kompaktwasserkühlungen, aber dem kann man Abhilfe schaffen, wenn man nicht die maximale Kühlperformance da benötigt. Ja, wie gesagt von unserer Seite, tolles Produkt, könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, aber jetzt sind wir natürlich wie immer noch an eurer Meinung interessiert. Wie schaut es bei euch mit dem Thema Kompaktwasserkühlung aus? Was sind eure Favoriten? Habt ihr vielleicht sogar ein Arctic Produkt, habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreibt uns das sehr gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst, da schauen wir immer sehr gerne dann mit euch rein. Ja und in diesem Sinne recht herzlichen Dank, dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über euren Support im Sinne von Daumen nach oben, Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei TweakPC einfach wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.